hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist wieder euer stürme ja ich habe lange nichts mehr video mäßig auf meinem kanal gemacht ich hatte einfach keine lust aufzunehmen oder zu schneiden gut schneiden tue ich ähnlich viel ja aber zu diesem spiel in der bundesliga werde ich natürlich ein orakel machen und zwar das spiel bayern gegen dortmund natürlich letzte woche ist der trainer von den bayern entlassen worden hansi flick hat jetzt zeitnah übernommen haben jetzt diese woche gewonnen 2 zu 0 gegen piraeus und dann würde ich mal sagen wir starten direkt mal in die erste halbzeit ich habe hier die neuen match attacks von tops die zweimal also hier die 10er päckchen also sind es 40 karten mal gucken wie viele tore fallen ich hätte können 1 pro aber ich das wollte ich nicht ja also von den karten hier kam noch nichts auf meinem kanal ja dann möchte ich aber jetzt mal sagen wir starten und los geht's und ja ihr könnt ja mal eure tipps in die kommentare schreiben ich sage mal ein 2 zu 2 weil die bayern im moment nicht so stark sind gut hier haben die woche jetzt gewonnen ich gucke mal gerade hier mal schauen was wir hier so haben alles verkehrt wieder herum also das haben sie noch nicht geändert so hätten wir als erstes das köln club logo dann haben wir koni von dynamo dresden dann haben wir hier plädel von fortuna düsseldorf als nächstes haben wir hier mark ut von schalke 07 schalke 04 natürlich und da haben wir das 1 zu 0 für dortmund durch götze und die kommen natürlich hier auf diese seite die spielen ja auswärts machen wir das hier auch mal höher und die karten machen wir hier hoch dann haben wir hier als nächstes die kiwix wie auch keine ahnung wie der ausbauen wird von fortuna und union berlin jetzt muss ich erstmal überlegen hier manuel neuer zum 1 zu 1 vielleicht per elf meter oder so 1 1 1 das ist ja mal wunderbar dann haben wir hier schindler von köln als nächstes haben wir hofmann von kladbach und die letzte karte ist hier match winner janik gerhard von wolfsburg schöne karte also ich habe noch nicht viel geöffnet nur das promo päckchen von der bravo sport habe ich mal geöffnet ja also hier liegt noch ein ganzes display und starter pack so erstmal wieder alles richtig drehen ja also ich werde versuchen dass hier wieder mehr videos zu bringen je nach laune so als nächstes haben wir hier als nächstes hätten wir hier von mainz matteter dann haben wir hier von paderborn schwede doch schwede dann haben wir hier von wolfsburg mali dann haben wir kalichurie von den kleeblättern haben wir hier von hoffenheim bibu als nächstes haben wir hier von paderborn basiliadis ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen dann haben wir hier von wolfsburg mimedi haben wir hier matchwinner bötios von mainz 05 haben wir das club logo sehr schön gestaltet von freiburg und somit ist die erste halbzeit vorüber ein faires 1 zu 1 bis jetzt also so könnte es bleiben aber ich hoffe dass bayern also ich hoffe dass bayern gewinnt aber ich denke es gibt ein unentschieden ja und dann starten wir auch direkt mal in die zweite halbzeit und los geht's ich denke mal die inhalte und so habt ihr bestimmt schon auf anderen kanälen gesehen ich bin ziemlich spät dran ich hatte irgendwie keine lust ich weiß nicht keine lust keine zeit ja so und weiter geht es hier mit gulaski von leipzig gulaski oder gulaski dann haben wir ja gerade rabeck von hoffenheim also die kartengestaltung finde ich sehr gut aber ich glaube wenn man die ein paar mal hin und her macht hier dann geht die farbe irgendwie ab da haben wir hier günther von freiburg haben wir upa mezzano von leipzig dann haben wir hier in der zahle oder dekali von bochum schon wieder bötios von mainz hatten wir eben schon haben wir hier andris von union berlin dann haben wir hier frosberg von leipzig und da ist das 2 1 zu 2 durch burrero für dortmund oh ja und dann haben wir noch die letzte karte als darspieler hier player von glattbach und dann kommen wir schon zum letzten booster hier ich hoffe dass die bayern hier noch irgendwas machen ich sehe schon mal hier sind zwei so dinger drin naja drehen wir mal alles wieder richtig zack 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 so als nächstes haben wir hier vogelsammer von arminio bielefeld dann haben wir von berlin chillbrett dann haben wir hier daniel bayern von augsburg dann haben wir raphael von glattbach dann haben wir hier serra von kiel dann haben wir claudio pizarro die legende von bremen dann haben wir hier suchi oder suchi von augsburg dann haben wir elwedi von glattbach dann haben wir starspieler ozilon oh und hier ist jayden sancho von also club 100 schön gestaltet und somit das 3 zu 1 für dortmund 3 zu 1 für dortmund ja hm ok aber ich tippe auf ein 2 zu 2 so somit ist das orakel beendet ja also denkt an eure tipps ja also ich hoffe dass es nicht so ausgeht also jayden sancho ist glaube ich noch verletzt äh reuss war ich auch nicht der ist glaube ich auch verletzt der wird auch nicht spielen ja wir werden es sehen bei den bayern sieht es ja auch nicht viel besser aus lauter abwehrspieler verletzt hm jo dann würde ich mal sagen bis zum nächsten orakel oder video viel spaß bei dem bundesligaspiel und bis demnächst ciao und bis zum nächsten Mal